Okay, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Redux mit React, selbstverständlich. Und heute geht es um die Problematik, Sachen verändern zu wollen natürlich. Das heißt, wir wollen selbstverständlich in unsere To-Do-Liste hier Dinge eintragen können und abhaken können. Das ist quasi der Grund, warum man eine To-Do-Liste überhaupt pflegt, ne? Da bringt es uns wenig, wenn wir hier einfach nur Sachen anzeigen können. Und dazu brauchen wir hier auch eigentlich nicht besonders viel mehr als die Slices und die To-Do an sich. Im Endeffekt, das hier ist sowieso nur zum Anzeigen und zum Interagieren. Das ist ja quasi die Komponente. Das heißt, hier, das sieht der User und damit interagiert er. Und da steht drin, wie sich dann der Zustand verändert. Und gespeichert wird der Zustand einfach nur im Store. Okay, also das sind die drei grundlegenden Prinzipien hier. Und wir wollen jetzt erstmal irgendwas machen, damit wir Sachen verändern können überhaupt. Also damit wir hier zum Beispiel was abhaken können. Und ich mache es mir jetzt mal ein bisschen einfach. Es soll ja nur das Grundkonzept demonstrieren. Wir gucken hier, dass wir einen Input haben. Das heißt, wir brauchen hier ein Formular. Und in diesem Formular wollen wir quasi Input drin haben. So, dieser Input, ähm, was ist denn ein Problem? Ja, ähm, ja, natürlich da drin. So, ähm, dieses Formular soll, ähm, ein, machen wir da ein Label vorne dran? Nein, ich glaube, wir machen kein Label vorne dran. Wir machen hier einfach ein Input mit Type gleich. Ups, gleich Text. Ja, 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 lass das doch. Text, ähm, ID. Ja, wisst ihr was? Wir machen das so untereinander. Ich glaube, das ist deutlich übersichtlicher. So, dann haben wir noch die ID. Die setzen wir auf, ähm, NewToDo. Dann Name setzen wir auch auf NewToDo. Und was ganz wichtig ist, ist natürlich, ähm, gut, Value können wir auch noch reinpacken. Wobei ich den, glaube ich, sogar rauslasse. Was ganz wichtig ist, OnChange. OnChange wird bei uns, ähm, dieses OnChange macht ja jedes Mal, wenn wir irgendwas eingeben, verändert sich der Wert einer Variablen. Und hier drin sagen wir jetzt tatsächlich, ähm, wir wollen OnContentChange triggern. Äh, Changed am besten. Und das ist wiederum eine, eine Funktion im Endeffekt, die wir noch schreiben müssen. Ähm, das machen wir direkt mal hier oben. Ähm, ich würde vorschlagen, direkt hier drunter. So, OnContentChange, vielen Dank, liebe ID. Ist gleich. So, und jetzt geben wir hier an OnContentChange ja mehr oder weniger Informationen ab, ja. Wir drücken hier ja quasi, ähm, die Event-Informationen ab, ja. Alles, was hier in diesem OnChange-Event drinsteht, kriegen wir am Ende hier oben als, normalerweise nennt man das Ding E. Und, ähm, könnt jetzt tatsächlich sagen, was wir haben wollen. Das heißt, wir können hier sowas machen wie, ähm, ja gut, wir speichern halt uns in unseren Zustand, was einen, was das neue To-Do ausmachen soll. Das heißt sowas wie Const, äh, To-Do oder sowas. Aber eben auch, ups, das war das, was wir letztes Mal auch schon gesehen haben. Jetzt muss ich das leider erst zumachen, weil ich dumm bin und fette Wurstfinger hab. Das tut mir sehr leid. So, ähm, To-Do und Set, ist ja was, wir nennen es nicht Set Content, sondern, doch, wir machen, wir machen das mit Content jetzt. Ich hab das jetzt so angefangen, ups, Content, also Content und Set Content. So, und das bekommen wir aus UseState, äh, UseState raus. So, ähm, das heißt, anfangs ist nix drin, aber wir bekommen hier konstant eine Variable namens Content und eine Funktion namens SetContent, mit der wir den Content permanent setzen können. So, und wenn wir jetzt ContentChanged aufrufen, sprich, wenn sich hier etwas ändert, dann rufen wir OnContentChanged auf, dann rufen wir diese Funktion auf, Set, also diese, diese, ähm, unsichtbare Funktion, diese anonyme Funktion und, ähm, fügen da quasi den Inhalt von E rein, also E.Target.Value, ähm, ohne Off, sondern einfach nur E.Target.Value, ähm, was wiederum den Inhalt der Textbox oder des Input-Feldes hier ist. Das heißt, der Input, den wir verändert haben, der wird hier in den Zustand übertragen und der wiederum verändert die Content-Variable. Und die Content-Variable, und die ist jetzt genau relevant für uns, die Content-Variable, ähm, die wird verwendet von mir, wenn ich hier tatsächlich den Button drücke. Also, wenn ich den, den Submit-Button sozusagen drücke. Und nein, das ist kein klassischer Submit-Button, wir werden nicht redirected, sondern es ist einfach nur ein Button. Ähm, Type ist gleich ganz stinknormaler Button, bitte. Und den nennen wir einfach mal, ähm, Create New To-Do. So, und ja, das wird mir jetzt hier anders angezeigt, das ist allerdings nicht so gemeint. Okay, aber was ich hiermit mache, mit diesem Button, ist, ich möchte gerne etwas aufrufen. Und zwar die Funktion, die hier natürlich das Ganze in To-Do-Slice, ähm, aufruft. Also den Reducer, der den Zustand am Ende verändern darf. Das ist ja das Einzige, was den Zustand verändern kann. Das heißt, hier drin importiere ich mir meinen Reducer, der den Zustand verändern darf. Okay, dazu brauche ich aber erstmal einen Reducer und deswegen sind wir jetzt hier in To-Do-Slice. Und zwar, ich muss hier drin jetzt meinen, ähm, meinen To-Do, ähm, meinen To-Do-Edit oder sowas, ähm, Reducer einbauen, der für mich den Zustand verwaltet. Das heißt, wir haben hier einmal den State, der wird einfach übergeben und wir haben die Action. Ähm, das ist quasi mein, ähm, ja, mein Standard-Reducer. Ähm, und das ist einfach eine, ups, das war falsch, eine stinknormale, ähm, stinknormale Funktion, die ich aufrufen kann mit State.Push, ja. State.Push ist im Endeffekt eine Funktion, mit der ihr einfach Sachen hinzufügen könnt in euren Zustand. Das ist wunderbar. Für uns perfekt eigentlich und wir können jetzt hier unter Action.Payload wieder mal uns den Payload rausholen. Ihr erinnert euch an Counterslice. Hier gab es einfach zum Beispiel, dass wir auf den State zugegriffen haben. Das geht natürlich auch. Wir können hier oben natürlich auch auf den State zugreifen, weil wir hier quasi wissen, wie der State aussieht. Das sind unsere State-Verwalter hier. Die dürfen das. Aber, ähm, in unserem Fall wollen wir ja nicht den State irgendwie verändern oder sowas, sondern wir wollen halt, ne, einen neuen Eintrag hinzufügen. Und ja, das ist, das ist das, was wir hier tun wollen. Also sagen wir hier State.Push. Okay, cool. Ähm, jetzt können wir also hier Sachen hinzufügen. Jetzt müssen wir das nur noch hier implementieren, dass wir diesen State hinzufügen können. Jetzt müssen wir aber hier auch noch angeben, dass wir das ganz gerne mit exportieren würden. Ähm, dass wir hier ganz gerne auch den Namen mit exportieren würden. Ähm, denn die kompletten Reducer zu implementieren oder zu importieren in ToDo wäre nicht so die beste Idee. Deswegen sagen wir hier Export-Const. Ähm, und zwar ToDo-Edit ist gleich, ähm, ToDo-Slice.Actions. So, das sind unsere Aktionen, die wir zur Verfügung haben. Wir haben ja aktuell nur eine, wenn ich hier mehrere habe, das kennen wir ja aus dem Counter-Slice. Da unten haben wir ja dann auch, ähm, wo haben wir sie denn exportiert? Ähm, hier haben wir sie exportiert. Ähm, Increment, Decrement und Increment-Backcounter sind Counter-Slice.Actions. Bei uns, wie gesagt, nur eine, deswegen nur hier ein Wert. Okay, cool. Ähm, jetzt haben wir hier offensichtlich das, was wir hier exportiert haben. Jetzt können wir das hier ja wieder importieren und da brauchen wir sogar noch ein paar mehr Sachen. Aber das, das gucken wir uns gleich an. Also sagen wir hier Import. Was importieren wir uns denn? Naja, eben natürlich den ToDo-Edit von ToDo-Slice. Und der wiederum wird jetzt hier eingebaut. Wir brauchen da aber noch den Use-Dispatch, falls ihr euch erinnert. Ähm, das war Use-Selector, Use-Dispatch. So, das war der zweite Punkt, den wir hier gebraucht haben. Und den Dispatch, naja, den müssen wir ja ganz kurz hier mal initialisieren. Dispatch. Das ist einfach die Funktion, die sagt, hey, hier wurde eine Aktion ausgelöst oder hier kann überhaupt eine Aktion ausgelöst werden. Das heißt, Use-Dispatch einfach mal ganz kurz hier reingepackt und dann stimmt das auch schon wieder. So. Jetzt können wir unserem Button hier tatsächlich eine Funktion geben. Und zwar können wir hier drin sagen, onClick soll bitte was passieren. OnClick. Was soll denn hier passieren? Naja, wir wollen, oh, das brauche ich tatsächlich diesmal. Wir wollen eine Funktion aufrufen. Und zwar wollen wir irgendeine Funktion hier oben uns noch bauen. Und zwar on, ähm, save to do. So. Oder create to do. Create wäre sogar noch besser. Create to do. So. Also wir wollen eine Funktion, die hier uns quasi das Createn von to do's ermöglicht. Ah, das sollte ich vielleicht oben lassen. Das heißt, wir haben hier eine Const on create to do. Vielen Dank. Ist gleich. Wir bauen uns eine Funktion. Und die kriegt keine Variablen und ist eine normale Funktion. So. Was kann die? Naja, diese Funktion, ähm, prüft erstmal, ob wir hier überhaupt den, äh, den Text geschrieben haben, beziehungsweise den Content hier von, von, ähm, Name. Also das heißt, ob hier überhaupt irgendwas gesetzt wurde als Content. Das heißt, if Content. Eie, if Content. Machen wir weiter. So. Was machen wir, wenn wir if Content haben? Naja, dann wollen wir ja einen neuen Event auslösen. Und dieses Event, diese Action, so wie sie in Redux heißt, diese Action triggert dann hier drin dieses to do edit und sagt, okay, hey, das ist gerade in der Action drin gestanden, mach das mal in den Zustand rein als neues Ding. Okay, cool. Also wie machen wir das? Ähm, naja, wir rufen im Endeffekt genau diese Funktion auf, die to do edit. Allerdings nur so halb. Wir müssen das dispatchen, damit wir den Zustand benachrichtigen. Das heißt, wir sagen hier, hey, wir haben hier was Neues für dich, mach mal. Und, äh, ja, die, ähm, die to do edit, das ist im Endeffekt die eigentliche Funktion. Jetzt braucht diese to do edit allerdings noch mehr Informationen. Und zwar braucht die ja den Zustand, beziehungsweise das, was ich überhaupt, äh, beziehungsweise nicht den Zustand, sondern den Payload erstmal. Und wir müssen hier jetzt der Funktion sagen, was denn eigentlich unser Payload ist. Was ist denn unser Payload? Überlegen wir doch mal. Naja, wir brauchen, das steht hier auch wieder übrigens, mehr oder weniger drin, wir brauchen eine ID und wir brauchen den Content. ID und Content. Wir haben Content. Das können wir auf jeden Fall machen, das ist kein Thema. Ähm, das heißt, Content können wir hier einfach mit Content übergeben. Kein Problem. Das Problem ist eher die ID. Denn wir wissen ja nicht, wo wir mit der ID sind. Wo sind wir denn gerade? Zwei, drei, vier, fünf? Wissen wir nicht. Also, was wir machen ist, wir holen uns die Nano-ID und machen da ein, ein neues Ding draus. Ähm, und Nano-ID wird uns dann, wird es uns automatisch importiert? Ich glaube nicht, das ist doof. Ähm, ja, wo ist es denn? Hä? Okay, hier kein Fehler. Ah doch, da ist es. Äh, Nano-ID von Toolkit wird uns automatisch importiert. Die baut mir sozusagen IDs, die halt davor noch nicht da waren. Ähm, das ist quasi der einzige Sinn von Nano-ID. Deswegen kann man das auch super gut hier verwenden. Und, ja, am Ende, ähm, wenn ich das jetzt gemacht habe, kann ich, ähm, hier, oder woanders, wo auch immer ihr wollt, kann ich den Content wieder auf leer setzen. Das heißt, wir sagen hier Set Content wieder auf leer, bitte. Und das ist eigentlich schon so ziemlich alles, was ich hier brauche. Ähm, hier habe ich jetzt meine ganze Interaktion in dieses OnCreateToDo. Und hier habe ich einfach nur gesagt, ey, Dispatch, wir ändern irgendwas am Zustand und mach mal bitte eine neue ToDo. Ähm, und das war es auch schon. So, das heißt, wenn ich jetzt hier das Ganze aktualisiere und hier mir meine, meine neue ToDo eintrage, klicke ich hier mal auf Create New ToDo und wir sehen hier, tada, wir haben eine neue ToDo generiert. Wenn ich das jetzt aktualisiere, dann steht das natürlich nicht mehr da, ja, wenn ich hier quasi das, die Seite aktualisiere. Aber ich habe das, also, das ist jetzt nichts, was in der Datenbank am Ende steht. Aber ich habe eine Funktion, die mir hier mein neues ToDo erstellt. ToDo. Und, äh, klar, wenn ich Enter drücke, passiert hier nichts. Ja, wenn ich Enter drücke, ist es im Endeffekt wieder weg, weil ich hier diesen, ähm, diesen Button drücken muss. Der Button macht im Endeffekt dieses neue ToDo hier drin. Ähm, hier müsste ich jetzt natürlich noch, äh, vielleicht ein bisschen weitergehen und sagen, ich möchte ganz gerne dieses Input-Feld wieder leer machen, beziehungsweise halt, ja, gut, im Endeffekt habe ich das eigentlich gesagt sogar. Und was man natürlich auch machen kann, ist, wenn man hier, ähm, also, wenn man auf der ganzen Seite quasi einen Listener einbaut, wenn man Enter drückt, beziehungsweise wenn man auf dem Input-Feld hier Enter drückt oder sowas, dann kann man auch diese OnCreate ToDo aufrufen. Das geht natürlich genauso. Ähm, all das sind, sind tolle Möglichkeiten, tolle Ideen und, ja, da, da lässt sich sehr viel machen. Im Grunde ist es aber wirklich ein simples Vorgehen, um das nochmal ganz kurz zu rekapitulieren, okay? Ihr fangt an mit einem neuen Feature, mit einem neuen Ding hier als Ordner. Ihr schreibt euch, wie das Ding aussehen soll, ihr schreibt euch in Slice rein, wie ihr den Zustand haben wollt und wie ihr den Zustand ändern wollt. Ihr baut hier die Sachen ein, die die Actions verfügbar machen und wenn diese Actions gedrückt werden, dann triggern die hier einen Reducer. Und der Reducer, der verändert den kompletten Store hier drüben, weil ihr ihn immer über Dispatch aufruft. Das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte hierbei. Ähm, und ja, ich hab gelegentlich Semikolons verwendet, gelegentlich hab ich sie auch weggelassen. Äh, es tut mir sehr leid für diese gemischte Schreibweise. Fühlt euch alle angesprochen. Ich mach das natürlich ausschließlich, weil ich euch alle ansprechen möchte, die die Semikolons schreiben und die, die sie weglassen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Und eigentlich sind wir jetzt erstmal zumindest mit dem grundlegenden Redux-Zeug schon durch. Weil das eigentlich gar nicht so komplex und so viel ist. Aber es gibt halt auch noch Sachen, die wir auch zum Beispiel beim Counter übrigens noch nicht geklärt haben. Nämlich das Asynchrone und das Increment If-Ort. Das haben wir zum Beispiel auch noch nicht geklärt. Ähm, und das braucht man natürlich auch noch dementsprechend. Das machen wir die nächsten Male. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.